ja hey willkommen mein name ist dann über die uns berufs euch zurück zu let's play ford 4 in der letzten folge haben wir hier diesen komischen turm erkundet und mission für petten gemacht jetzt suche ich hier suche ich hier den ausgang zur terrasse mich immer finden würde er will nicht kunden werden kaffee terrasse wo ist sie noch mal da oder ja was hier neu ist oder nehmen einen anderen aufzug welcher uns nämlich mal einen ganz da unten führt zum alternativen eingang oder so und dann sind wir fertig und dann können wir nach gutney boot gehen und hoffentlich den saufkumpanien abholen nicht abholen aber der wird wahrscheinlich schon da sein und der typ kann sich den abholen bist schon da kann ich mir mal mit dieser neue rüstung leisten kann weil ich habe eine menge vorkriegsgeld jetzt angespart geldmäßig ist das sowieso kein problem wo ich möchte ich halt wieder meist geld rein bekommen und deswegen erst mal vorkriegsgeld sammeln auch wenn ich glaube ich jetzt schon 300 400 habe also müsste ja wohl hoffentlich ein bisschen was geben ich war es die ganze zeit hier hat er bestimmt nicht besonderes bei sich also das ist ja der art wo wir herunter spielen konnten ich werde ihn erledigt du bist da unten noch ehrlich ist auch was die luchstik reindrücke durch nämlich die luft erhalten besser zu ziehen ich habe es nicht auf versehen oben drücken wir uns falsch unter irgendwie und so verschwindung da gibt es sich da ein bisschen fest aber ich krieg die erfahrung die ganze welt von hier aus gut dann immer ein aufzug obwohl jeder von hier aus sporten können aber ich werde sehen ob der aufzug wirklich zum eingang führt ganz unten ich würde uns ja noch weiter auch was ich weiter stadt eine sekunde Ja, das ist doch ein Blitz. Ah, das ist doch ein Blitz. Ah. Buh, buh. Was war? Hi, McCready. ja im aufzug sollte man nie springen wenn man nach unten fährt warte mal da oben ist was ich bin auch so hin wir kommen dahin in einem ort problem ist also bestimmt das so war das noch alles zu er ist offen so machen wir jetzt war zweiter stadt er hat sieht immer aus als mehr zu und beinahe nein wie vielleicht sagen kann hat er den schalter aktiviert nach oben ich werde sowas verdienen zweiter stoff verdammt ich möchte das spiegel jetzt schon nein hey was geht das mal entscheidet das ist ja einfach und ein schalter hey und schaust ja kein thema sollte ich anschauen sollte schau mal nach ja alles klar da drüben in ordnung guck dir das an ich kümmere mich darum schaust dir an in ordnung schau mal nach da drüben klar kein thema hier drüben ich kümmere mich darum warte da okay guck dir das an schaust dir an schaust dir an schau mal nach in ordnung da machte oder da oben ist noch mal so ein zeichen ist doch nicht von dem anderen teil oder da war dahin da 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 war eine kronkaukmine aber verdammt Ich überlege gerade, kann ich hier irgendetwas mitnehmen, worauf ich mich drauf stellen kann? Mann, nein! Boah, ich will die Grundkorn-Kermine haben! Wissen Sie, wie stark die sind? Da. Da, was? Ja, da, was? Warte, warte, warte und google, oder sowas von ... die tür da war auch noch muss irgendwas geben der theater heraus wenn ich hoffentlich ein guter baut hingehe und dem sauf kumpan da abgegeben hat hoffentlich würde ich immer noch unterwegs sein dann krieg ich wieder ein ab das heißt bei griff straffer werden noch stärker anstatt meine allgemeine schussstärke welche ich lieber höher hätte aber das kann man ja auch leveln eigentlich aber für so viele verschiedene waffen gibt der geht dafür automatische halbautomatische schrotgewehre in den schruttgewehre darauf nicht für pistolen zweihand irgendwie auch festlegen und da will ich nicht v3 war ein bisschen einfacher da konnte ich mal kleine waffen schön hochlevel mehr schaden auf den wissenschaftlichkeitsgrad auszuteilen ja es ist alles passiert weil du dich den aufzug dienen konnte ich hoffe hat ist ja klar jetzt ist das ding wirklich gestern vom steigen aber warum der ampel hat ach wir sind hier seine pistole ausverdammt ich will nur gucken ob das feindlich gesinnt ist oder nicht oder namat meine ich ja wir sind excel und jeden wert hier irgendwie meiner wird geschieht ich dachte dass wir ein magazin ich bin ja beim dieser dinge noch mal hier ja was für die freilacht a noch gut nehmen wie kann ich erleben oh ja mit dir hol ich mir eine neue Fangspunkte die wir gehen da wo es normal zu geht ja zum sind ja mal geiles was da drin für die dinge da drunter ok wenn ich nahe an irgendetwas heranzoome dann sehe ich es besser meine Präzision ist dann besser so und zu dir komme ich gleich so sag mir nicht der ist immer noch unterwegs er war ja nicht mal im hotel war das halt mal hey kumpel bitte bestätigen sie die auslieferung an das hotelpersonal ich bleibe hier ok haben die mir diese mission gegeben ach ja ich glaube dieser hausmeistertyp hat wertgegeben es hat gar nicht mehr auf der straße gegeben aber ich hab ihn noch gar nicht noch angefordert boah ich bin viel zu übereinander und der hab ich das glaube ich nicht bekommen warum kann ich denn jetzt mit allen drei mehr reden ich habe einen Roboter gefunden der eigentlich an jemanden hier geliefert werden sollte weißt du vielleicht an wen Rufus kümmert sich um die Roboter und jetzt nimm dir ein Zimmer oder verschwinde ich habe einen Roboter namens Saufkumpan gefunden der eigentlich hierher geliefert werden sollte machst du Witze das ist die Braumaschine von der ich dir erzählt habe kann ich dir das Ding vielleicht abkaufen 100 Kronkorken plus Bier 100? in so einem Roboter stecken garantiert ein paar nette Teile na klar wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil von Bier also, haben wir jetzt einen Deal? klar, haben wir super, wenn du mir das Ding bringst, brauchst du dein Geld jetzt bin ich nochmal extra hier raus könnte ich den jetzt eigentlich wieder wegschicken so, Geld einkassieren und den dann wieder zurückschicken ok, gehen wir rein Hallo Pumpel, Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen das war doof warum? jetzt sind schon wieder zwei Ladebildschirme, die hier aufgezogen werden hallo, neue Freunde ich bin der Saufkumpan was zum Teufel ist das? das ist diese Braumaschine, von der ich dir erzählt habe meine Aufgabe ist es zu unterhalten und eiskalte Getränke zu servieren na gut, dann bau das Ding drüben an der Bar auf dann ist es wenigstens von der Tür weg nehme normalen Betrieb auf hey, danke für deine Hilfe der Saufkumpan ist sogar noch besser, als sie zu hoffen gewagt hat hier ist dein Geld danke da braucht sich was zusammen ja, Level Up ich habe schon gemerkt, weil ich die AP voll bekommen habe boah ja, also 40 ich weiß auch direkt, was ich Level und zwar mega kritische Treffer deine kritische Treffer vor uns sind jetzt doppelten zusätzlichen scharfen vierfachen zusätzlichen Schaden also die kritischen Treffer, die ich vorher gemacht habe wenn es nochmal doppelt so stark BAMS sattgeil das ist mein Laser gewesen, ist jetzt noch zerstörerischer hey, Kumpel seien Sie gegrüßt, Kumpel bis Ihnen nach einem weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Sie sollten beim Händler nachfragen in Bars und Restaurants bis Ihnen eher nach na, danke okay jetzt kann man Rezepte irgendwo kaufen oh, du bist es wirst du heute bei uns ach, ach, ach ach, ach machen wir einfach mal na, ich würde das ja auch irgendwann auslösen weiß man ja nicht also eben nur 10 Kronkorken am obersten Stock also ganz oben was? nein, das war doch nicht Assa, das du bist das aus Sanctuary Hills, stimmt's ähm ich sagte ja von ganz am Anfang Moment hast du für Voltec gearbeitet? ich bin Voltec 20 Jahre treu für die Firma geschuftet und jetzt zieh mich an ich stand nicht auf der Liste aber du sieh dich mal an 200 Jahre und du siehst immer noch super aus da übernachte ich mal einmal irgendwo, ne dann passiert so was äh Blut meiner Feinde simple idling people's blood im Vault gab es diese Kapseln in denen wurden wir eingefroren ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht was? vor 70 Stunden Voltec hat mir nie was davon erzählt unglaublich tja ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft ich habe den Schmutz überlebt den Verfall und das Blut vergießen sieh mich an ich bin ein Ghoul ein Freak äh verstehe das jetzt nicht falsch aber du warst auch vorher schon ganz schön hässlich du bist die einzige Person die ich getroffen habe von von früher ich äh ich oh Gott ich war hier so allein keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Voltec äh hey du könntest zurück nach Sanctuary gehen ich komme dich auch besuchen versprochen wirklich das das würdest du machen ok ich mache mich gleich auf den Weg dahin und du kommst mich auch besuchen ja ok ja und andere Leute auch Gott so das ist der falsche Tag mir blöd zu kommen also was 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 ist da unten los was ist der der ist mir bisher gefolgt der Mischling den ich draußen angegriffen habe hey du kommst mich doch besuchen oder ja klar ich gehe noch kurz wo ist denn jetzt mein Zimmer überhaupt hey da war noch nicht mal mein Zimmer da sage ich einmal ein Hotel hier benutzen und ich treffe dann den Typen hier wieder so einfach nicht wo ist jetzt mein Zimmer ja naja jetzt bin ich wohl ausgeboten und bekomme irgendwie 10% mehr Fangspunkte allerdings weiß ich nicht für wie lange aber das wird irgendwie nicht mehr angezeigt ging immer so eine Stunde glaube ich in Fallout 3 okay er bringt da irgendwie nicht mehr so viel sauer das war noch halbwegs versichert ich weiß dass die Tür offen steht aber das ist mir eine gedanklich öffnet hier okay verschwinde Entschuldigung Entschuldigung der Boss wird nicht gern gestört machs kurz Entschuldigung Entschuldigung boah ich hab die Tür zugemacht was machst du jetzt Gott haben wir ja fertig nehme ich an haben wir wieder irgendjemanden gefunden und in Sanctuary ist glaube ich ein Ausrufezeichen bei der Siedlung ich weiß nicht weswegen genug Schutz genug Essen und all sowas aber naja äh was können wir denn jetzt hier noch machen ach ja das haben wir ja auch noch bescheid geben ach das ist gar nicht hier das ist äh kaufen kaufen bevor ich es vergesse meine Güte ich habe mir eine neue Klamotte bekommen ich muss natürlich meinen ach schade Smoking wie kann mir ein Smoking nur einmal Charisma geben und dieses Outfit von Reginald kann mir 3 so wo ist die Sonnenbrille die Sonnenbrille hier ja stech ich wäre mein fk das mal oh ne so ist jetzt hier direkt du trinkst du kannst nicht rennen oder da habe ich vielleicht noch ein Bier oder so wenn ich da trinke kriege ich auch noch Charisma zu ist ja alles raus ich konnte das hier nehmen es war 2 aber das ist mir schon ein bisschen ich habe nicht Charisma Zeugs gut da muss das hier reichen ich hoffe du kaufst was selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenasik klar oh boah zeig mal was du so hast dann stecken wir dich mal aus Killer oh Killer gut Waffen hast du ja nix mehr ne sondern nur noch hier vernichterbrust teil wirft Nahkampfschaden zurück aber mein Black Ops Dingen das gibt mir glaube ich Stärke und so ne Stärke und Ausdauer aber hat hier 10 mehr ergeben guck mal ob ich hier auch zusammenkriegt alles erst mal so da sind granaten kommen weg ok werfer kann weg die plasma mine auch eine welt braucht locker ein glaube ich so hat man jeden einzelnen zentrum drehen kann man 6 zwei hier von und einen hier von red away brauche ich auch nicht so viel aber doch ein bisschen mehr warum wiegen die was in dem spiel step back das ist nur so wenig werden was soll hat so 1860 nur so da habe ich neue rüstungen jetzt kann man auch noch ist dabei kann auch verkauft werden da ist gar nicht mal schlecht auch so clio jede waffe die du hier siehst könnte den unterschied zu ich habe ein paar minuten anstand druck gehen die anderen grünscht androgyne stimme hast meine ich das hat nicht viel gegeben ok mehr kann ich nicht rausholen so ok zerstörer zerstörer helm und der vernichter war wenn ich das zahlt auch episch aus hören sich voll fett aus ja ich würde sagen ich werde erstmal wieder nach hause gehen und ein paar sachen einlagen und dann gucke ich was ich in der nächsten folge gemacht von let's play v4 ich bedanke mich alle jetzt für zuschauen ja genau das mal sitzen nicht wie eine tonne und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play v4 ich bedanke mich alle jetzt für zuschauen und sage tschüss bis bis zur nächsten folge